Schwegler vor Wechsel zu Hoffenheim. Pirmin Schwegler von Eintracht Frankfurt steht offenbar vor einem Wechsel zu 1899 Hoffenheim. Wie der Kicker berichtet, ist der Transfer bereits in trockenen Tüchern. Der Kapitän verlässt die Eintracht demnach für eine festgeschriebene Ablösesumme im niedrigen Millionenbereich. Der Mittelfeldspieler hat in Frankfurt noch Vertrag bis 2015, sei aber absoluter Wunschspieler von 1899 Trainer Markus Gisdol. In dieser Saison kam Schwegler verletzungsbedingt nur auf 16 Bundesliga-Einsätze. Der Schweizer Nationalspieler kam 2009 für eine halbe Million Euro von Bayer Leverkusen zu den Hessen und entwickelte sich dort zum absoluten Leistungsträger. Schweglers Marktwert liegt aktuell bei rund 6 Millionen Euro.